so ähm, kann ich noch nicht mehr davon eigentlich haben wir gleich noch ein paar so ich sehe ja, das ist ein paar so, dann müssen wir erstmal gucken, ob wir noch Plätze finden können ja, dann versuchen wir gleich wieder rot so, was geht jetzt? Was geht jetzt? Stopp! ich glaube, wir wollen hier parken, wir haben hier zwei Eintrittskarten für das Spiel für heute ja, da brauchen Sie auch eine Parkkarte zu ansonsten können Sie hier nicht parken oh, wo gibt's die denn? die kriegen Sie gar nicht also, kann ich wieder raus fahren Sie aufs Schuhcenter einmal gegenüber, da okay, danke schön einmal hier drehen und dann ja, ist gut sagt man da einfach noch eine Parkkarte da noch warten kann das ist das quasi da gibt es schon eine Parkkarte was hat man da eine Parkkarte ja, keine Ahnung was ist das denn? ja, was ist das denn? ja, was ist das denn? ja, ist doch nicht so wild wir sind doch noch früh dran wir haben noch genug Zeit ja eine Parkkarte, das ist ja witzig das ist doch ein Witt ja, da müssen wir noch hin da müssen wir hin also nicht da, wir gehen durch den Haupteingang ja, okay aber das ist halt die Eisprote aber das ist halt die Eisprote ja und dann laufen sie schon ja, das soll man nur warm machen okay das Spiel beginnt erst in einer halben Stunde wenn überhaupt und dann aber so 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 Ja, das war's. Da? Und das war's. Gut. Hallo, hallo, hallo. Das war's für heute. Das ist ein mega viel volles Wunder, da bin ich auch nicht schützt. Zwei Scheiben. Zwei Scheiben. Ich habe hier nochmal ein bisschen laufen, wie gesagt. Das ist jetzt. Das ist jetzt nicht прав. Das ist jetzt nicht mal ein bisschen. Ich muss stehlen. Obwohl, was ist denn der Weg? Das ist der Weg? Das ist der Weg. Ist der Weg? Holger, bitte. Vom TV-Wattwur-Spielern und Freunde, aufsoweit der Untersechstelle. Michael Greilich, Vizen, Vizenter, Preuigen und Nordsee im Chef im Lobos. die 20 der Bündner, die 23 Gartenländer, die 24 im Schuhauswahl, die 25 in der Straße, die 33 in der Plaston, die 41 in der Stadt, die 42 in der Brot und die 47 in der Brot, die 42 in der Brot und die 42 in der Brot und die 42 in der Brot und die 42 in der Brot. Die 44 in der Brot und die 45 in der Brot und die 45 in der Brot und die 45 in der Brot. Die 44 in der Brot und die 45 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 in der Brot Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Nummer 23, Kim Untertitelung des ZDF, 2020 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 2022, 2021 der Hauptrunde der EZI Kassel-Azfis. Applaus ... 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 Haste! Haste! Wieder steht in der Partei von der 1949, Steven Wain! Seiko! Und für unsere 63, Bax! Habe! Im Spruch unserer Nr. 11, Chey! Heikler! Die 17, Chey! Schuhe! In 23, Kim! Wir können! In 23, Cherry! Und für unsere Nr. 91, Chey! Haste! Und für heute, in der Alpflegung, wir müssen Sie ganz herzlich herzlich, Rivo Barolivic! Rivo, er ist der deutsche Meister im Weltgewicht LNH, 22 Jahre alt und von unserem Kündnisbruch, vom Team Fömitz und dem Team Musazi. Auf fort! Danke, Herr Biro. Nürnberg! Oh休息! Wow Kyler! Oh boy! Vielen Dank. 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 Hey. 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 Hey.